Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neunten Video hier auf diesem Kanal. Heute mit zwei Transferthemen gepackt. Zum einen reden wir über Manolo Saljakas. Mehrere Medien berichten darüber, soll wohl bei Werder auf dem Zettel stehen. Und wir sprechen über Yannick Westergaard, dessen Vertrag im Sommer wohl ausläuft, obwohl es auch Medien bzw. bei Transfermarkt seinen Vertrag bis 2024 gibt, berichten verschiedene Medien darüber, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft. Fakt ist, er wurde rausgeschmissen bei Leicester City. Ich weiß, ich spreche das Selfie da falsch aus, aber ihr wisst, was ich meine. Und es daher im Sommer ablösefrei zu haben. Lass uns aber als erstes mal über Manolo Saljakas sprechen. Rechtsverteidiger bei Pauli. In dieser Saison neu zu Pauli gestoßen. Wenn ihr ihn jetzt einfach nur eingebt bei Google, werdet ihr direkt auf diese Seiten hier kommen. Saljakas bei Werder Bremen auf dem Zettel. Pauli Saljakas zu Werder. Das ist dran am Wechselgerücht. Saljakas im Visier von Werder Bremen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt auf diesen Spieler gehen, ihm wird nachgesagt, dass er auf jeden Fall offensive Qualitäten hat. Auch als Rechtsverteidiger. Kann wohl auch als Rechtsverteidiger spielen. Da er hier auch genannt als Nebenposition rechts Mittelfeld. Hat einen Vertrag von bis 2025 mit einem Marktwert von einer Million. Er ist 26 Jahre alt. Wird im September 27. Hat bei Pauli auch als Neuzugang von 24 möglichen Spielen 23 absolviert. Zwei Tore und vier Vorlagen dabei erzielt. Und auch sechs gelbe Karten eingesammelt. Ja, laut griechischen Medien ist Werder an diesem Spieler interessiert. Es gibt aber auch schon ein Dementi, beziehungsweise was heißt ein Dementi. Es gibt ein, also die Deichstube selber hat darüber berichtet. Auch, dass es eben aus Griechenland diese Nachrichten gibt, dass Werder wohl an ihm interessiert ist. Aber laut Deichstube-Informationen Werder da aktuell nicht dran ist. Was jetzt da genau ist, das werden wir jetzt so nicht wissen. Fakt ist, es gibt dieses Gerücht. Und man kann es auch irgendwo verstehen, dass wir nach einem Rechtsverteidiger weitersuchen. Denn diese ganze Verletzungsstory mit Agu geht ja irgendwie nicht weg. Also es zieht sich ja wie ein Kaugummi. Wer weiß, ob er bis zum Sommer, beziehungsweise im Sommer noch bleibt. Oder ob sich da dann die Wege trennen. Ein Bombsvertrag läuft aus. Ich glaube schon, dass man einen Rechtsverteidiger eventuell so oder so auch noch holen wird. Als qualitativen Backup für Weiser. Je nachdem, kann natürlich auch passieren, wenn es unmoralisch wird, dass Weiser auch eventuell noch gehen könnte. Dann bräuchte man sowieso einen Rechts- oder Rechtsaußerteidiger, der offensive Qualitäten hat. Und eben auch in unserem System funktionieren würde. Das wäre so ein auf jeden Fall interessantes Profil, kann man sagen. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob er da, also sagen wir mal so. Ich glaube, dass wenn ein Zaliakes zu Bremen kommen würde, wäre er auf jeden Fall die Backup-Rolle. Die Backup-Rolle dann von Weiser, wenn er sich selber damit zufrieden gibt, bei uns, sage ich mal, eher auf der Bank zu sitzen und dann als Ergänzungsspieler zu dienen, statt bei Pauli als Stammspieler. Dann wäre das auf jeden Fall denkbar. Sonst kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so zustande kommt. Wenn er eben nicht da Stammspieler oder in die Richtung Stammspieler gehen kann. Ja, wir haben noch einen zweiten Spieler hier heute mit und das ist Yannick Westergaard. Den werden viele noch kennen. Damals bei uns der Abwehrchef gewesen. Mittlerweile 30 Jahre alt. Wird im August 31,199 groß. Da wird sich wahrscheinlich jeder auch nochmal daran erinnern. Der lange Hühne. Sieben Millionen Mark wert. Diese Saison ohne Einsätze geblieben. Jetzt auch suspendiert worden. Aufgrund, weil er Äußerungen über den Coach getätigt hat, die ich jetzt gar nicht mal so schlimm fand. Könnt ihr gerne auch mal nachlesen, wie ihr das Ganze seht. Aber ich fand das jetzt gar nicht mal so schlimm. Fakt ist, er war aber sowieso außen vor. Hier steht zwar Vertrag bis 2024. Es gibt aber verschiedene Berichte darüber, dass im Sommer wohl sein Vertrag ausläuft. Und auch aufgrund der Suspendierung er im Sommer sich einen neuen Klub suchen soll. Ja, und dann eben im Sommer ablösefrei wechseln kann. Jetzt ist natürlich auch bei vielen Gästen an der Gedanke gekommen, ey, wäre das nicht jemand für uns auch? Als Abwehrchef Yannick Westergaard für die Mitte, also die zentrale Innenverteidigung. Ich persönlich sage euch so. Also ich glaube, spieleröffnungsmäßig Kopfball und auch im Zweikampf ist das ein super Typ. Aber er ist in unserem System eigentlich viel zu langsam. Also, wenn Yannick Westergaard eine Schwäche hatte, dann ist es sein Tempo. Und ich glaube gerade, dass wir jetzt ja sehen, wie viel Tempo dann auch wert ist, wenn ein Friedel, Pieper und Stark in der Innenverteidigung stehen, ist das schon nochmal was ganz anderes als in den letzten Jahren, wenn man immer wieder Tempo-Defizitspiele hatte. Daher, glaube ich, ist Westergaard für uns gar nicht mal so interessant. Einfach von dem Faktor her. Gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob er auf so viel Gehalt verzichten wollen würde. Also, dass er Abstriche machen muss, das ist, glaube ich, klar. Das weiß er auch selber. Das wird auch so sein. Aber ob er dann zu uns mit diesen Abstrichen kommt, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Da könnt ihr ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Würdet ihr einen Yannick Westergaard feiern bei Werder? Würdet ihr ihn wieder begrüßen? Oder sagt ihr, nee, ist kein Thema für uns? Also, Fakt ist, er wird ablösefrei sein. Er ist ohne Spieleinsatz. Sein Fokus wird darauf bedacht sein, zu einem Verein zu gehen, wo er dann eben auch wieder mehr spielen kann. Aber ob es dann jetzt in der Bundesliga oder Werder ist, das ist so ein Fragezeichen-Ding. Wir erinnern uns ja auch, im Winter gab es ja schon mal Gerüchte, dass wohl Hertha ihn haben wollte. Ich glaube, da hat sogar Westergaard das Ganze abgelehnt gehabt. War für ihn, glaube ich, nicht so interessant. Aber ja, da weiß ich auch nicht genau, wie das da dann verlaufen ist. Aber Westergaard an sich in der Bundesliga, sage ich mal so, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ja, bei Werder sehe ich ihn aktuell eher nicht. Also dann muss ich tatsächlich auch sagen, mit 31, dann würde ich sogar Saljakas einen interessanteren Spieler finden, weil man eben nicht weiß, was passiert jetzt mit Aru, was mit einem Bonn, dessen Vertrag ausläuft. Aru immer wieder verletzt, könnten sich auch die Wege im Sommer trennen. Eventuell bei Wester, großes Fragezeichen. Ja, da hoffe ich, dass man da eben gute Jungs auf dem Plan hat. Und Saljakas sieht demnach auf jeden Fall erstmal interessant aus. Wäre jemand für Werder, glaube ich, ist auch im besten Fußballeralter, kann sich noch ein Stück weit weiterentwickeln. Und demnach finde ich diese Position auf jeden Fall wesentlich interessanter als Westergaard. Wenn wir vor allen Dingen darüber auch noch reden, dass Pipa stark sind, glaube ich, schon so konstant. Und auch für die nächsten Jahre, oder sollten es zumindest sein, Friedl wahrscheinlich auch. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Westergaard dann da irgendwie reinrutscht. Ja, ihr könnt natürlich gerne mal eure Meinung in die Kommentare zu den Jungs schreiben. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Für euch findet der Stammtisch heute um 18 Uhr wie gewohnt statt. Es wird später eine Änderung geben. Erzähle ich euch dann aber im Livestream. Genau, ich bin auf jeden Fall da heute eher außen vor. Aber für euch, wie gesagt, wird alles wie gewohnt stattfinden. Ich hoffe, euch geht es allen soweit ganz gut. Startet gut in die Woche rein. Lasst gerne hier dem Video nochmal ein Däubchen da oben da. Ein Abo da. Und dann bin ich jetzt raus. Das war's. Euer Ril Niko. Und ciao. Hi Ril Niko. So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Ril Niko. Mach weiter so.